willkommen zurück zu drunter und drüber oben und unten wo ist relax und wo ist rechts keiner weiß wo überhaupt was ist abrasion ist so geil das bild versteht nicht wo wir gerade sind aber ist alles okay also die akku ist eigentlich oben und doch nicht wo ist eigentlich unten unten das sogar über die kann man redet versteht man nichts mehr ja es war lustig wir stehen hier auf der zipline und ich habe ja letztes mal versprochen wir werden in der nächsten folge dann wirklich auch mal ins blaue rutschen hier unten sind kastalle ich musste mal muss ich mir mal muss ich mir merken hast du hier schon noch eine zipline gespannt ja irgendwo hatte ich noch eine gespannt weil wir müssen damit wir nämlich vernünftig wieder hochkommen ja die ist aber gesetzweise von gegenüberliegenden seite gesetzt hatte weil davon was böses war okay okay ist okay 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 wir haben ja ich wollte ja oder wir wollten in der letzten folge irgendwas zähmen oder irgendwie das farmen und am ende haben wir eigentlich nur im haus moment städtchen das aus ja nicht nur leben ist hier von ein becker los so don böse aus geradeaus und dann hinter den bäumen links dort sind land ist die gibt geblütende blümchen dusche an machen so dass man wieder ein bisschen aufladen und rockdreck direkt vor uns auch direkt vor uns ich hab keine ahnung ich guck mal schnell nach wovon es geht so schnell 20er megalo rockdreck level zwölf kriegen wir tot hoff ich doch müssten wir eigentlich schaffen ja easy going ich will mal in deinem licht bleiben du hast immer noch kein licht an jetzt jetzt ist dir ein licht aufgegangen links achtung dem mega naja der packt uns lassen wir ein bisschen weiter rechts laufen wir haben so eine schöne agro ah pass auf hier gibt es aber die pilze ja die sind hier genau von mir jetzt richtig der ist scheiße hier vorne das blöd ist auch da sind alles verschlagen und die schlangen hauen wir problem ist eher wenn wir jetzt gerade geniehen drachen und so verhalten und der megalo dazukommt sind wir am arsch ja wir sind hier der miko was auf die schlange welchen level war der mega an sich glaube ich würden wir auch dort kriegen jetzt kommt die stürme einfach vor und machen ja manche ok auf den drachen ja wir müssen auf dem drachen als erstes aber ich habe angesiedelt sie im kiel ist so kommt hauen wir drauf mit dem mützchen aber ich finde ich wirklich in ganz vielen farben also ich muss ganz ehrlich sagen ich ja level mal gucken ja wer noch ok noch akzeptabel ok wir hören auf unseren zähmen auf sehr ohne was wir gesagt das ist noch ein mega dazwischen der 16 und der andere ist die anderen weiß nicht die anderen sind auf jeden fall weil der alpha 60 ok aber 60 ist auch noch auch noch hart nein nein nicht nein zu schwach zu schwach zu schwach und zu stark ja viel zu schwach ok also zum töten töten könnten was er locker ich habe keine ahnung ich will es nur hier kurz weg hier hat geguckt was sind das für ein schwanz achtung bekommt die kommt auf dich zu mit ganz vielen revisions nein sag jetzt nicht du bist du bist geblutet ich habe einen bis abgekriegt aber ist easy weg hier erstmal erstmal kurz weg weil wir sonst alles auf einmal haben der obi der wird uns sowieso der basi wird uns sowieso jetzt folgen da machen wir den hier den platz welches lever hat der hast du das gesehen keine ahnung ich gucke 76 76 oh das ist hart ach komm wenn der macht die revisions mal schneller sein würden oh da sind blümchen drin gewesen oder so ich weiß es nicht ganz genau wir müssen den erstmal weg von unserer zipline führen so jetzt bin ich jetzt mal hier erstmal die revisions weglocken ja weil beide zusammen schaffen wir nicht das ist echt ein geiles level eigentlich ne zum zähmen aber leider ja 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 gut too much too much by the way abyssel der ist übrigens hinter dem eisending wir machen mal folgendes wir gehen mal hier hinten kurz rum so also wir würden ihn aber totkriegen ja ja aber ich habe angst dass die revisions ja auch noch dazwischen kommen da mache ich lieber von hinten rum die revisions exo ist noch von hinten heute ja denk an den lichtkegel da war auch ein nameless ne ja ich habe es vergessen ich vergesse es jedes mal blöder licht ach hier guck da ist auch das ist noch andere das sind ganz klar andere echt die sind eigentlich gleich aus 60 ok das ist auch hierbei hier ist kein eisenteil hier vorne das eisenteil die müsste doch auch zum eisenteil hingelaufen sein der ohne moment blöder controller macht der vibration ja oh god jetzt ist der einmal aktiviert jetzt wieder schnell deaktivieren deaktivieren so 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 gg hinter den doppelsteinen ist der megalo drauf dann ist er weg wo war denn jetzt nochmal der der basilisk über uns der war hier oben ne komm mal mega kurz platt hast du denn eine waffe womit du kämpfen kannst wenn der dich abreißt dachte du lässt dich fangen hallo hallo ja geh komm pass auf ja nein ich hätte nichts zum schaden machen ich hätte aber was gelaufen ähm allertag nicht nicht hüpfen hör auf was macht den ey hüpfen immer so so wollen wir jetzt den basilisken töten nicht dass wir den also noch wissen war dass er da ist ja wissen wir ja wohl dann ne ja 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 so gerne zählen über zeit du von 30 von links über hatte die geräusche von sich war ich in dem fest aber er ist schon tot sobald er blutet ist wieso das ding gegessen hier also zwei bis habe ich abbekommen ich habe mehr als zwei bis abbekommen alles wie viel mehr habe ich abbekommen aber ich hab ein vierzelchen leben verloren hat auch irgendwie sowas ja hunderter was muss man ganz kurz ein bisschen greenpeace machen abseilen abmüllen macht hat ich mach mit du bist bald ich bin so und so messi so auf den kackige käfer was war der eigentlich gar nicht ein bisschen überrascht vor allem wenn man plötzlich in so einem gebüsch hocken drei stück hinter dir auch noch vier stück ja cool oder eine queen je nachdem i need licht ich habe nicht okay aber das ich glaube ich mal ganz kurz noch hier was bleibt da weil ich will mein kackige käfer nicht verlieren jetzt hier den schönen grünen roten jetzt kommt okay das ist wurscht also kacke dabei gehabt ja ein bisschen ich habe zwei tritts ja wo ich kannst du le popo machen kannst du mal mit meinem auch manchmal ist mich nicht eingestellt die das geht super schnell guck mal da du warst ja ja ist ja auch triceratops kacke ah ok ich wollte gerade sagen umso größer der kürtel ist umso besser ist es hallo willst du mal wieder hallo der hat die schnauze voll gestrichen mit scheiß vom ersten zum zweiten mal dauert es ja mal echt lange aber der ist hübsch der wird gezählt das ist nicht nur schön der ist recht es giftig ist toxisch ja sie hat der hat auch noch so so dieses diesen lila schimmer noch hinten dran sich super cool da ist unsere unserer todes außenposten der außenposten des todes wir müssen mal hier ganz kurz zu blockieren nicht dass die haben die laufen die laufen nicht über den rand ganz 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 selten bis er wieder essen will ist er die kacke verdorrt ehrlich sagen bei mir doch das in der ewigkeit verschrumpelt nach der kalle die kacke als cornflex essen oder was die hieber Prozent k wir müssen willst du a aber man kann es ja wirklich nicht kein Bild gemacht hat aber vorgibt auch aufladung die und jetzt aus dem Busch komplett anpassen ist der war übrigens voll schön der basier da hinten schon wieder mega genau vor uns wenn ich wo ich halt hingucke da kommt er kommt langsam hoch ach so stimmt ich kann immer gucken welches level hat er hat level 8 umso besser hoch hat jemand gekickelt hat jemand gekackelt ich will nicht essen wenn ich nicht vom ersten zum zweiten mal dauert es doch ewig ich weiß noch damals muss das wirklich hinterher schleichen damit sie dich nicht sehen und nicht aufgeregt werden und hier das ist aber was mit aberration zu tun ist dran okay perfekt das hat was mit aberration zu tun weil die machen das immer noch auf den anderen normalen karten sein der butscher will nicht immer den dingstürt du hast du lässt mich dann ohne licht ne ja oder kommt schon die erste was ich bin gleich da ja die kommen auf mich zu hier das passiert wenn man mit akku unterwegs ist ich komme gleich wieder tschüss ich habe doch dich bloß gerettet hat trotzdem ich kann wieder will ja keiner will auch nicht da kommen ich habe noch ein kaka und sonst habe ich ein gamle le gamle fleisch ich hab noch human kaka was gegeben okay noch kaka in der tasche ja ich habe gerade ich habe ich habe noch mal tiefe kacke die habe ich gerade nicht gegeben ich glaube wir auch fotos geschossen habe mal wieder aber sehr acht ok ist doch den dechsen in ruhe und ist aber nicht gut wenn der hier auf das kennen ja die große kommt immer die falschen sachen zu ziehen gerade wusste kaki wo ist der kaki da so wie einer auf mich zu du musst hier essen gehen fütter du den das hier wieder einer schon wieder was aber ich sehe nicht wo doch da das ist es ja ja wenn du nicht auf meinem tier drauf sich gerade ja läuft es bei dir wo ist der käfer da ist bei mir abholzen das ist ja nix weg das Geile ist willkommen mehr wieder auf dich zu ah hier ist kacke der hat gekackt aufzuschlagen oh man geh mal ein bisschen zurück vom 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 kacki kaffee weg ich geh mal schnell wieder hin weil der will was essen okay noch einmal noch einmal oder vielleicht zweimal mit dem mit dem gammelfleisch hier ist wieder irgendeiner ich ziehe wieder weg jetzt müsste es eigentlich klappen ich komme was was ist los mit dem scheiß tier dass sie immer weglaufen ich schaffe das irgendwie nicht los was läuft er wieder los okay ich muss nur ganz diesen namen geben weil bevor er stirbt ich kann ja nicht oben da ist ja manchmal auch das problem dass ihre wände drauf sitzt einfach gerade auslaufen obwohl du nix drückst ja erstmal die kacki käfer weg bringen erstmal kacki käfer weg bringen schlange kommt von oben gefallen aber weiter hier sind ganz viele revanchiers weiterlaufen kann es gerade nicht kämpfen auch glücklich kämpfen aber der krieger kriegt scharfen dadurch deswegen kannst du gerade nicht kämpfen ich würde aber dann noch mal hierhin wegen einem ja eigentlich im zweiten leuchtziegchen will ich eigentlich nicht haben habe ich irgendwie keinen bock auf die ziege ich bin allerdings nein du blödes fieden ein gehoch soll jetzt auch da war es der kämpft hier geht weg ich habe einen wichtigen passagier grad du kriegst du sobald du hochkommst hast du gleich besuch von revanchers und dann revanchers ok da war die tatsche tiefer ja eine tatsche tiefer sind so guck mal nach dem level was weiß ich guck gerade mal vielleicht sehe ich das von hier da 12 12 ist der ok lass mal sein nein nicht weißen ups was ist das tomate mit basilikum den können wir jetzt aber nicht aufwandern stellen der rennt uns immer weg ja das heißt wir müssen ihn irgendwo drinnen einkärchern richtig wollen wir so lange hier le box ich glaube der stone ist eingeschlafen weil er mal wieder zockt wieder bis zum weltmeister bis ihm die augen ausfallen ja dann muss er mich jetzt aber momentan erst mal top in drei tage wach ihr habt doch echt einen an der schüssel aber ich will auch einen an der schüssel haben wollen tun hast du doch aber wir machen das mal so ähm soll ich denn lieber innen drin einkäfigen oder draußen ich würde gerne in meinem gewächshaus einkäfigen ja mach das da flutscht ich glaube ich auch raus aber ich warte was ich mache jetzt mal folgendes ich le crafte mal ganz kurz ähm greenhaus und so wie viel kannst du denn machen eins zwei ja und jetzt im entgegensteck denke ich mal das ganze was ist im entgegensteck ist ja aber kommen wir nach nach kraften ja ich mache mal ganz kurz schon mal ein fählen steine ehrlich uns fehlen wirklich steine ja aus dem ende passt das doch noch drin die monat 27 ich weiß nicht was für gefehlt hat ich hab's nicht nachgeguckt also kristalle sind 320 drin zum ende passt der 700 ich glaube uns fehlt uns schon was anderes Leute schreibt mal in die kommentare was haltet ihr von dem erdbeben nervig ich kann nicht bauen man kann überhaupt nichts machen denn nur da haben wir rumgerampelt ich muss mal schnell wieder scheiße aufsammeln da steht schon die ganze Zeit nur rum der stone da kann er nicht mal vernünftig scheißen nur flitzelkacke in die Hose da weißt du warum ich das weiß weil da zieht man seine augen weil die zu sind oh oh warm ich habe riesengroßen köttel von dem ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat die karten die weltmeister das ist sehr gut so ich nehme jetzt mal hier unseren tomaten mit basilikum schmeckt bestimmt auch so lecker so und dann erst mal wieder kacki rein ganz viele kack und noch mehrere kack und das kann man vielleicht raus und dann lauf wie sie zwischen mit möhren aus und das nur zu früh ist noch zu früh glaube ich das war viel scheiße drin was gekackt und das war meine scheiße wieder her nein wird geprügelt um die scheiße des anderen hat er schon wieder geschissen ok ich muss mir das mal drin gehen wir mal so eine leuchte batterie muss meine batterie leuchten mops so mein schäfchen voll hübsch das aus der schulter also das voll hübsch mit dem schwarz und dem lila streifen wenn du meinst ich bin glaube ich will so viel gar nicht ehrlich ich finde die finde ich echt richtig hübsch wir könnten aber folgendes machen wir könnten mal eine runde ein alles fahren gehen ganze alles ich würde gerne steine jetzt holen gehen weil du hast gesagt wir fehlen steine ich bin der kack luther king schon längst nehmen können und das war es nicht du das war nämlich viel zu groß für dich das war deine batterie ich mache große nein nein ich mache die größten nein 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 was soll ich gerade machen ich habe irgendwas also ich wollte was in den kühlschrank schmeißen hier so steine fahren wolltest du ja wir machen das mit der machen das zusammen in der runde machen wir ein bisschen krisse krisse style hier ist übrigens kristall im kühlschrank da waren kann man den scheiß auch da reinlegen es ist irgendwie kommt das alles ein bisschen spanisch vor mit den sachen steine stein ich komme gerade nicht drauf welches ist steine unter anderem der ist steine ja ok weil man kann man den scheiß ja auch in den fundernach reinknallen kann hier sind sogar zwei pferde sich gerade aber wir haben keine mehr eine schon eine möhre das war ja die banane ist hat mich gerade in der ich wollte gerade sagen werde freundlichkeit ist mal wieder ganz 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 tief im keller ich muss noch mal schnell hin und her hin und her leute sorry dass ich gerade hier laufe ich zum weltmeister ganz aus meiner kacke hacke reparieren kann ich nicht was fehlt denn jetzt schon wieder metal verkürzt wir sitzen da hinten aber weißt du was mir gerade auffällt kein wunder dass wir kein kristall haben warum okay mal das haus an stimmt ah ja aber also ich finde das sage ich nichts ich finde das ganz nett hat er gerade recht schön steilig gebaut es hat auch mal was zum gucken ne weil ich mag diese vierkigen gebäude eigentlich eher weniger aber das ist das ist ganz nett kommt machen wir mal eine runde stein kristall kristall und stein und ich würde aber am liebsten dafür wieder runter ins blaue gebiet ehrlich ja weil da kriegst du blaue jams hin dann muss man das folgendes machen ich stelle mir hier mrs aaa battery dann los warte ich leere gerade aus das ganze name das gibt das tut so weh warum tut das so im kühlschrank das vergammelt ja aber ich weiß nicht wie lange dauert das im kühlschrank zwei stunden ich komme ich komme scheiß auf siplines ich komme das war jetzt eher versehentlich dass ich die zweite genommen habe ach so der ist grün aber die sind meistens low level nein mann der ist 80 nein das sind acht kommt zu mir kommt zu mir 88 88 ist das der alpha nee 8 ist der ist wirklich 88 oh hätte ich haben da kommt noch mein platz schade aber 88 wäre ganz cooles level gewesen 90 also entweder bleibst du beim autos selber nicht an was sagen habe ich kann nicht an jetzt pass auf jetzt rennen wir hier lang wir können eigentlich auch mal die blauen kristalle prügeln aber das ist äh vorsicht vorsicht komisch komische sachen da äh warum gehst du da rein ja easy peasy ist alles ok hast du es genommen ja was die äh aquatik pilze ich hab immer die die braunen pilze immer irgendwie an bord ja dass die sind für die normalen halluzination dinge das mache ich übrigens immer so mit den frauen frauen arbeiten ist jetzt sind hier rum und da bist du weg oder blutig ist und leuchten weg schlange kopfschäle hier geben das ist ein pilzer drin 90 10 tageszyklus von arsch kann ich ja direkt hier in unserem außenposten des todes so liebe freundinnen ja es ist mal wieder vorbei ich das geht so schnell immer das glaubt man kaum aber so macht spaß so macht das spaß abzuspielen wenn man wenn die zeit wirklich einem das entgleitet ja sicherlich voll geil immer wenn man wenn man manchmal spielt und spielt dann denkst du das muss schon ewigkeit sein und das ist dann meistens das was man gerade dann so irgendwie wovon kein bock hat aber das macht uns jetzt gerade hier richtig bock und deswegen sage ich mal bis zur nächsten folge nochmals als information für euch da draußen wenn ihr mal ein server haben möchtet gucken wir in die video beschreibung wir haben den server ja auch von g portal und die portal gibt euch durch den link den ich unten gebe fünf prozent auf den ersten server den ihr mietet und dann habt ihr auch ich habe gerade gepuppelt das war deine batterie alles klar bis denn und lüschüss